Jan Karlovitsch Bersen, 29. Juli 1938 in Kommunaker bei Moskau, war ein sowjetischer Geheimdienstchef lettisch-russischer Herkunft. Er war von 1924 bis 1935 und 1937 Chef des Militärischen Aufklärungsdienstes der Roten Armee und einer der Organisatoren der geheimen Zusammenarbeit zwischen Roter Armee und Reichswehr. Biografie Bersen wurde als Sohn einer lettischen Bauernfamilie im damals russischen Gouvernemad Liefland geboren. Er besuchte ab 1902 ein Internat in der Stadt Kuldiga. Im Verlauf der russischen Revolution wurde das Internat im November 1905 geschlossen. Bersen kehrte nach Hause zurück und trat dort einer sozialdemokratischen Widerstandsgruppe mit Namen Dreschflegel bei. Wenig später wurde er Mitglied der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands und gehörte dort dem Flügel der Bolschewiki an. Mit dem Scheitern des St. Petersburger Aufstandes gingen die lettischen lokalen Widerstandsgruppen zu einer terroristischen Taktik gegen die zaristischen Ordnungskräfte über. Bersen tötete 1906 bei einem Zusammenstoß mit der Polizei einen Offizier und wurde nur durch eine Gruppe von Kosaken vor der sofortigen Erschießung durch die übrig gebliebenen Polizisten gerettet. Er wurde vor ein Kriegsgericht gestellt und zum Tode verurteilt. Aufgrund von Verfahrensfehlern wurde das Urteil für ungültig erklärt. In einem zweiten Prozess wurde er 1907 in Tollin abermals zum Tode verurteilt. Aufgrund seines geringen Alters von 17 Jahren wurde das Urteil in eine in Sibirien zur verbüßende achtjährige Freiheitsstrafe umgewandelt. Während seiner Haft arbeitete Bersen in der Gefängnisapotheke und eignete sich pharmazeutische Grundkenntnisse an. 1909 wurde er begnadigt und aus der Haft entlassen. Er schloss sich umgehend wieder den Bolschewiki an. Unter verschiedenen Pseudonymen verbreitete er Propagandamaterialien der Partei in Riga. Im August 1911 wurde er wegen dieser politischen Tätigkeit erneut verhaftet und ins Gouvernemat-Irkutsk verbannt. Er floh im Frühjahr 1914 aus der Verbannung, wobei er gefälschte Dokumente mit dem Namen Jan Karlovic Bersen verwendete. Während des Ersten Weltkrieges wurde er unter dieser Identität in die russische Armee einberufen und desertierte 1915. Laut seiner offiziellen Biografie arbeitete er danach unter falschem Namen als Schlosser in Petrograd. Er nahm aktiv an der Februarrevolution 1917 teil und wurde dann Redakteur einer lettischen Parteizeitung der Bolschewiki. Während der Oktoberrevolution war er Mitglied der bolschewistischen Parteikomitees von Weiborg und St. Petersburg und gehörte zum Umfeld von Leo Trotzki. Im Dezember 1917 begann Bersen seine Karriere als Mitarbeiter der Tschirka. In dieser Funktion nahm er 1918 an der Niederschlagung des Aufstandes der Sozialrevolutionäre in Jarrons-Laville teil. Im Ergebnis des bolschewistischen Gegenangriffs wurden in der Stadt am 28. Juli 1918 428 Gegner der Bolschewiki hingerichtet. Laut dem sowjetischen Überläufer und ehemaligen GRU-Agenten Viktor Souverau soll Bersen während dieser Zeit einen maßgeblichen Anteil bei der Entstehung des Systems von Geisel Erschießungen gehabt haben, das von der Roten Armee und der Tschirka in der Zeit des russischen Bürgerkrieges angewandt wurde. Um Widerstände in der lokalen Bevölkerung zu unterdrücken. Nach dem Ende der Kämpfe in Jarrons-Laville übernahm er die Aufgaben eines Sekretärs der kommunalen Verwaltung der Tschirka. Er wurde im März 1919 in das seit Januar sowjetisch besetzte Lettland abkommandiert, um dort als stellvertretender Kommissar des Inneren die Macht der Bolschewiki zu sichern. Am 22. Mai 1919 musste sich die Rote Armee jedoch vor der von ehemals deutschen Soldaten unterstützten baltischen Landeswehr, die mit Billigung Großbritanniens gegen die sowjetrussischen Truppen kämpfte, aus Riga zurückziehen und konnte nur noch die Kontrolle über den östlichsten Teil des Landes behalten. Bersen wurde nach dem Rückzug aus Riga in die Rote Armee versetzt und war dort zunächst von Juli bis August 1919 Vorsitzender der Politabteilung der 11. Schützendivision der lettischen Roten Armee, die in diesem Zeitraum in 15. Sowjetische Armee umbenannt wurde. Im August 1919 wurde er zum Chef der politischen Sonderabteilung der 15. Armee ernannt. Er behielt diesen Posten bis kurz vor Auflösung der 15. Armee. In dieser Zeit nahm er an der Verteidigung Petrograds gegen die Offensive des Generals Judenitsch und am polnisch-sowjetischen Krieg teil. Die 15. Armee wurde im August 1920 in der Schlacht bei Warschau in die Flucht geschlagen und aufgerieben. Bersen gelang es jedoch, einer Gefangennahme durch polnische Truppen zu entgehen. Im Dezember 1920 wechselte er auf Empfehlung von Felix Edmundowicz-Sainski zur Aufklärungsabteilung der Roten Armee. Im März 1921 war Bersen an der Niederschlagung des Kronstädter Matrosenaufstands beteiligt. Er tat sich hier als besonders unnachgiebig bei der Liquidierung der aufständischen Matrosen hervor. Was ihn in den Augen der sowjetischen Führung für verantwortungsvolle Dienststellungen empfahl. Von April 1921 an war Bersen Chef der für die Auslandsspionage zuständigen Abteilung 2 der GRU. Im Dezember des gleichen Jahres wurde Bersen stellvertretender Chef der GRU. In der Anfangszeit hatte Bersen sehr stark mit Problemen zu kämpfen, die durch den Mangel an Nahrungs- und Bekleidungsgütern in Russland bzw. ab 1922 in der Sowjetunion nach dem Ende des Bürgerkriegs hervorgerufen wurden. So forderte er in Schreiben, die 1921 bzw. 1922 entstanden, wiederholt bessere Verpflegungs- und Kleidungskontingente, um die Moral und Arbeitsleistung der Mitarbeiter der GRU auf ein normales Niveau zu heben und um einen möglichen Verrat zu verhindern. Den Forderungen und Bitten Bersens wurde durch das Politbüro der KPR nur sehr bedingt nachgekommen. Bersen gefiel der neue Aufgabenbereich in der militärischen Aufklärung. Er begab sich persönlich wiederholte Male in das Ausland und unternahm verdeckte Reisen nach Großbritannien, Polen, in die Tschechoslowakei und in die Weimarer Republik. Unter der Federführung Bersens gelang es der Abteilung 2 der GRU im Zeitraum von 1921 bis 1923 anhand von öffentlichen Publikationen und eigener Spionagetätigkeit ein umfassendes Bild aller militärischen Luftflotten der westeuropäischen Staaten sowie der USA zu erstellen. Weiterhin begann die GRU ein umfassendes Netz von Residenturen in Bulgarien, Deutschland, Österreich, Italien und weiteren europäischen Staaten aufzubauen. Diese Residenturen dienten neben klassischen Spionagezwecken auch der Verfolgung der oppositionellen weißen Immigranten und der Unterstützung und Koordination kommunistischer Aufstände im Rahmen der Kommentaren in den jeweiligen Gastländern. Beispielsweise wurden auf Veranlassung der sowjetischen Politiker Radek und Sinoviev der Hamburger Aufstand im Oktober 1923 und am 1. Dezember 1924 ein völlig fehlgeschlagener Putschversuch in Estland unterstützt. Die GRU arbeitete dabei eng mit der Auslandsabteilung der Tschöker zusammen. Als Tarnung dienten beispielsweise Missionen des sowjetischen Roten Kreuzes. Im März 1924 wurde Bersens schließlich auf Empfehlung seines Vorgängers Arvidjanovic Seibot de Jurechef des Militärgeheimdienstes. Aufgrund seiner unermüdlichen Tätigkeit und seiner Begabung für die Aufgaben eines Geheimdienstchefs wurde die GRU ein hocheffizienter Geheimdienst, der im Gegensatz zu den sonstigen sowjetischen Geheimdiensten bis in die Gegenwart Bestand hat. Nach dem Fiasko in Estland war Bersens gegen die Anzettelung von Aufständen in den die Sowjetunion umgebenden Ländern. Die revolutionären Aktivitäten der Kommentaren hatten neben gewaltigen Opfern lediglich dazu geführt, dass tausende von Kommentarenparasiten auf den Gehaltslisten der GRU standen. Aus dem brauchbaren Restpersonal der deutschen Kommentaren baute die GRU in den Worten des GRU-Agenten Krewitzki in Deutschland einen glänzenden Geheimdienst. Den Neid jeder anderen Nation, Bersen sorgte dafür, dass die GRU weltweit zu operieren begann. In dem das bestehende Netz von Resident-Touren enorm erweitert wurde. Er ließ zur Tarnung der Aufklärungsaktivitäten Scheinfirmen einrichten, wodurch es seinen Agenten gelang, sehr weitläufige Beziehungen in der Gesellschaft der jeweiligen Gastländer zu knüpfen. Ein Beispiel hierfür ist die Presseagentur in Press des GRU-Agenten Sandorado. Aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Isolation der Sowjetunion und der Weimarer Republik wurde 1922 die geheime Zusammenarbeit zwischen der Roten Armee und der Deutschen Reichswehr bei der Entwicklung moderner Waffen von Karl Radeck initiiert. Der Vertrag von Rapalau stellte die Basis für weiterführende gemeinsame Projekte dar. Bersen übernahm nach seinem Aufstieg zum Chef der GRU die Organisation dieser Beziehungen, die bis in das Jahr 1934 fortgeführt wurden. Zu den deutsch-sowjetischen Unternehmungen gehörte beispielsweise Bersol, offiziell ein Joint Venture, das mit der Produktion chemischer Dünger für die Sowjetunion befasst war. Inoffiziell sollten durch Bersol große Mengen an Artilleriegranaten gefüllt mit Zenfgas und Fusken für die Rote Armee und die Reichswehr hergestellt werden. Das Bersol-Projekt scheiterte an der schleppenden Terminerfüllung der deutschen Seite, die durch den Unternehmer Hugo Stolzenberg repräsentiert wurde. 1928 äußerte sich Bersen daher in einem Bericht an den Volkskommissar für Heer und Flotte der UdSSR Voroschilo skeptisch über die Ergebnisse der bis dahin durchgeführten gemeinsamen Projekte, befürwortete aber eine Fortsetzung der Zusammenarbeit unter der Maßgabe der maximalen Nutzung verschiedener gemeinsam mit der Reichswehr genutzter Einrichtungen, wie etwa der Fliegerschule in Lieb-Petsk. Im Herbst 1926 verstärkte sich in der Sowjetunion die von der Führung der KPDSU angeheizte Furcht vor einem neuen Krieg gegen eine Koalition. Westeuropäischer Staaten unter der Führung Großbritanniens Bersen erstellte im Januar 1927 einen Geheimbericht, in dem er ausdrücklich darauf hinwies, dass die Rüstungsaktivitäten der europäischen Staaten im Jahr 1926 sowie die zu erwartenden Tätigkeiten im Jahr 1927 in keiner Weise auf einen derartigen Krieg hindeuteten. Diese nachrichtendienstliche Erkenntnis wurde aber durch die sowjetische Führung ignoriert, um den geplanten, umfassenden Aufbau der sowjetischen Rüstungsindustrie durchzusetzen. Im Zeitraum von 1927 bis 1933 war Bersen an der Verbreitung von in der Sowjetunion gefälschten 1-0-0-US-Dollar-Noten in China, Europa und den USA beteiligt. Der Zweck der Aktion war die von Stalin geforderte Beschaffung zusätzlicher Devisen für die Sowjetunion. Die Geldfälschung verursachte mehrere Skandale in Europa und in den Vereinigten Staaten. Von Seite der GRU wurde die Verbreitung der falschen Banknoten endgültig unterbunden, nachdem es US-amerikanischen Behörden gelungen war. Eine Spur zu finden, die in Richtung Sowjetunion führte, die OGPU setzte diese unkonventionelle Art der Devisenbeschaffung noch bis 1936 fort. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland organisierte Bersen auch die Militär-Nachrichtendienstliche Aufklärung der Reichswehr, bzw. Wehrmacht über ein Agentennetz, das um Deutschland herum angesiedelt wurde. Zu seinen Agenten gehörte ab 1930 auch Richard Sorge, der zu einem in Shanghai operierenden Agentenring versetzt wurde. Den sowjetischen Geheimdiensten GRU und OGPU entging aufgrund des umfangreich ausgebauten Agentennetzes kein Detail der politischen Entwicklung in Deutschland. So wurden die Ereignisse des Römputsches in der Sowjetunion genaue Stenz verfolgt und waren für Stalin Anlass, das Verhältnis zwischen der Sowjetunion und dem Dritten Reich zu verbessern. Inwieweit diese Ereignisse eine Inspiration für Stalin in Bezug auf die Durchführung des großen Terrors gewesen sein mögen, bleibt Spekulation. Verdeckte Tätigkeiten im sowjetischen fernen Osten und im spanischen Bürgerkrieg in der Anfangsphase des großen Terrors wurde Bersen von April 1935 bis Juli 1936 mit der Liquidierung einiger verdeckt arbeitender NKWD-Mitarbeiter im fernen Osten betraut. Offiziell war er zu dieser Zeit unter dem Decknamen Galen stellvertretender Chef der Besonderen von Ostermee, die unter dem Oberbefehl von Marschall Vatili Konstantinovich Blücher stand. Seine Leitungstätigkeit wurde während seiner Abwesenheit von seinem Stellvertreter Josif Stanislavowitsch unschlicht übernommen. Nach dem Aufenthalt im fernen Osten war Bersen unter dem Decknamen Grishin von Juli 1936 bis Juli 1937 oberster sowjetischer Militärberater im Spanischen Bürgerkrieg in Madrid. An der Stelle von Unschlicht wurde Semjon Petrovich Ureski mit der stellvertretenden Leitung der GRU betraut. Bersen unterstand in Spanien ein getarntes aus Spezialisten bestehendes Expeditionscore der Roten Armee mit einer Stärke von 2000 Soldaten. De facto war er während seines Aufenthaltes der Befehlshaber der republikanischen Truppen. Bersen reorganisierte die republikanischen Streitkräfte und bewirkte die Ernennung des Generals Josemeya zum Oberbefehlshaber. Ihm gelang Ende 1936 und im Januar und Februar 1937 die erfolgreiche Verteidigung der spanischen Hauptstadt Madrid gegen Offensiven der Truppen. Frankus Im März 1937 erstellte Bersen einen Bericht an Voroshilo, in dem er sich über die Terrormaßnahmen der NKWD in Spanien beklagte, für deren Durchführung Alexander Michailovich Orlov verantwortlich war. Gegenüber den GRU-Angehörigen wurde von Seiten Stalins und Voroshilovs beteuert, dass die von Bersen geschilderten Maßnahmen falsch seien. Tatsächlich wurde dem NKWD-Agenten Orlov weiterhin freie Hand gelassen. Nachdem sein Stellvertreter Juriski durch das NKWD verhaftet worden war, musste Bersen eilig über Paris in die Sowjetunion zurückreisen. Nach seiner Rückkehr übernahm Bersen am 9. Juni 1937 wieder seinen Posten als Chef der GRU. Er wurde aufgrund seiner Leistungen in Spanien mit dem Lenin-Orden ausgezeichnet und zum Armeekommandeur zweiten Ranges befördert. Verhaftung und Hinrichtung auf Betreiben des Volkskommissars für Verteidigung Voroshilov viel Bersen den Säuberungen in der Roten Armee zum Opfer. Obwohl kein kompetenter Nachfolger für seinen Posten als Leiter der GRU zur Verfügung stand und er selbst immer loyal gegenüber Stalin und der KPDSU gewesen war. Er wurde am 27. November 1937 von der NKWD verhaftet. Öffentlich wurde dieser Schritt von Stalin auf einer Konferenz damit begründet, dass die sowjetische Militärspionage von den Deutschen unterwandert worden sei. Ob das tatsächlich der Fall war, wird auch heute noch in Russland diskutiert. Am 15. Februar 1938 wurde Bersen zusammen mit 15 weiteren verhafteten Funktionären als Volksfeind aus der Kommunistischen Partei ausgeschlossen. Am 29. Juli 1938 verurteilte man Bersen wegen angeblicher Mitgliedschaft in einer kontrrevolutionären terroristischen Organisation zum Tode. Er wurde daraufhin in Kommunaka bei Moskau erschossen. Am 28. Juli 1956 wurde Bersen im Zuge der Entstalinisierung juristisch rehabilitiert. Auszeichnungen Bersen erhielt während seiner Dienstzeit außer dem Lenin-Orden den Rot-Benne-Orden und den Orden des Roten Sterns. Auszeichnungen